Digital und Binnen differenziert – das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht Herzlich willkommen zum Basismodul Theoretische Grundlagen. Das Modul besteht aus drei Videos sowie einer Sammlung hilfreicher Literaturempfehlungen und Linktipps. Was erwartet Sie in diesem Video? Im Video Digitalität und Diklusion soll es um die Frage gehen, warum wir eigentlich digital gestufte Lernhilfen einsetzen. Dabei sprechen wir über den Begriff der Diklusion und wie mit digital gestuften Lernhilfen Barrieren reduziert werden können. Dieses Video ist gegliedert in die Teilbereiche der Diklusion nach Schulz, gefolgt von einem Abschnitt zur Diklusiven Schulentwicklung nach Schulz. Anschließend geht es um digital gestützten Unterricht und Diklusion nach Stinkenrösner und Abels und im letzten Abschnitt gehen wir kurz auf das SAMR-Modell nach Puente Dura ein. In dem ersten Abschnitt besprechen wir die Begriffsdefinition der Diklusion nach Schulz aus dem Jahr 2021. Der Begriff an sich ist aus den Begriffen Inklusion und Digitalisierung entstanden. Diklusion als Schlüsselbegriff beschreibt dabei die Teilhabe aller Schüler innen an der digitalen Gesellschaft. Schulz spricht in ihren Artikeln zur Diklusion von digitalen Medien. Dieser Begriff ist unserer Ansicht nach aber eher allgemein und unpräzise. Treffender würden wir den Begriff digitale Technologien sehen, da er die Tools, die wir im Unterricht einsetzen würden, präziser beschreibt. Im Unterricht bestehen im Wesentlichen zwei große Herausforderungen, wenn man von Digitalisierung spricht. Zum einen das Risiko der Exklusion, wenn zum Beispiel SchülerInnen durch Mangel an Hardware oder fehlende Unterstützung bei, deren Nutzung ausgegrenzt werden. Zum anderen gibt es natürlich einige Potenziale beim Einsatz digitaler Technologien, die Chancengleichheit wiederum begünstigen können. Im Allgemeinen sollen dabei Synergien geschaffen werden. Einmal durch die Anschaffung von Hardware und digitalen Endgeräten, aber auch durch die Bereitstellung von Tools und Applikationen, mit Hilfe derer Barrieren reduziert werden können. Es ist also bekannt, dass die Entwicklung eines digital gestütztem inklusiven Lehrangebotes einen wichtigen Ansatz in der schulischen Praxis darstellt. Dabei ist der Punkt auch wichtig, warum die Klusion einen relevanten Aspekt in der Schulentwicklung darstellt. Inklusion ist eine Aufgabe aller Schulformen, nicht nur der Sonderpädagogik. Schulz hat 2018 fünf Ebenen formuliert, in die der Einsatz digitaler Technologien im inklusiven Ansatz an Schulen eingeteilt werden kann. Dadurch sollte die Digitalisierung im Lehrkontext besser strukturiert werden. Die erste Ebene beschreibt das Lernen durch Medien in assistiver Funktion. Auf Ebene des Individuums werden digitale Technologien vor allem zur Kompensation von Beeinträchtigungen eingesetzt, zum Beispiel durch Sehschwächen. So können Texte oder digitale Oberflächen vorgelesen werden und so das Individuum unterstützt werden. Die zweite Ebene bezieht sich auf das Lernen mit Medien zur Individualisierung. So können Lernprozesse auf das Individuum angepasst werden. Unsere Lernhilfen gelten als ein solches Beispiel digitaler Unterstützungen und können individuell in Anspruch genommen werden. Das Lernen mit Technologien innerhalb der Gruppe stellt den dritten Punkt dar. Er bedeutet, dass digitale Technologien in der Gruppe genutzt werden sollen, um bestimmte Aufgaben zu bearbeiten. Zu solchen Tools und Applikationen könnte man zum Beispiel ein Mentimeter zählen, digitale Whiteboards oder Google Docs. Auch Lehrkräfte selbst können digitale Technologien nutzen, um zum Beispiel ihren Unterricht vor- oder nachzubereiten, was die vierte Stufe der disklusiven Schulentwicklung darstellt. Auf Stufe 5 wird der langfristige Einsatz digitaler Technologien beschrieben, also das Lernen über Technologien im Alltag. Ziel ist dabei, die langfristige Medienkompetenz sowie die Teilhabe an der digitalen Gesellschaft im Sinne einer Kultur der Digitalität, Stalda 2016, zu fördern und sicherzustellen. Hier sehen Sie die neuen Aspekte für guten, disklusiven Unterricht. Was muss also beachtet werden, um digitale Technologien im Unterricht umzusetzen? Die Aspekte, die Sie hier auf der rechten Seite in Form der bunten Kacheln sehen, werden gleich mit Leben gefüllt. Die neuen Aspekte basieren auf dem Fünf-Ebenen-Modell, über das wir gerade gesprochen haben. Auf Basis dieser fünf Ebenen haben Schulz et al. die neuen Aspekte für guten, disklusiven Unterricht vorgeschlagen. Der erste Punkt gibt an, dass sich durch die assistiven Möglichkeiten der digitalen Technologien schlicht die Teilhabe am Unterricht verbessern kann. Was logisch ist, wenn man bedenkt, dass so Text vorgelesen werden oder Bilder leicht mit Alternativtexten zur Verfügung gestellt werden können. Des Weiteren verbessern sich die Möglichkeiten des Feedbacks. So kann schnell, leicht und zum Teil anonym Feedback nach Aufgabenblöcken oder Ähnliches geschaltet werden. Auch kann das kollaborative Arbeiten verbessert werden. Verglichen mit der analogen Alternative ist das kollaborative Arbeiten deutlich effizienter. Viele Personen können gleichzeitig an einem Projekt arbeiten, z.B. über Dokumentensharing oder Whiteboards. Gegebenenfalls können sogar die Beiträge den SchülerInnen zugeordnet werden, wodurch die Nachvollziehbarkeit der Mitarbeit leicht möglich ist. Digitale Technologien unterstützen auch den Erwerb von Lern- und metakognitiven Strategien, wie z.B. das kollaborative Arbeiten. Durch digitale Lernstandserhebungen fällt es leichter, den Unterricht an individuelle Bedürfnisse der SchülerInnen anzupassen. Dadurch ist der Unterricht adaptiver und erleichtert auch die Etablierung präventiver Maßnahmen. Auch das Classroom-Management der Lehrkraft lässt sich durch digitale Technologien effizienter und effektiver planen und umsetzen. Die digitale Vernetzung ermöglicht über eine digitale Strukturierung einen zuverlässigen Austausch innerhalb eines multiprofessionellen Teams durch Videoanrufe, Cloud-Nutzung oder Ähnliches. Auch sollte die Medienkompetenz gefördert werden, einschließlich der Kenntnisse und Konsequenzen zur sicheren Nutzung digitaler Technologien, zu Umgang mit und Beurteilung von Informationen sowie zum Einfluss von Algorithmen im digitalen Alltag. Pausieren Sie kurz das Video und sehen Sie sich dieses ausführliche Schaubild zu den Bereichen der diklusiven Schulentwicklung an. Ich verabschiede mich erst mal von Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin eine gute Zeit in diesem Kurs. Vielen Dank, Professorin Neumann. Wir haben jetzt schon viel zum Thema Deklusion bearbeitet. Nun ist jedoch noch offen, welche Anforderungen, beispielsweise im Sinne der Barrieren, der naturwissenschaftliche Unterricht an die Unterrichtspraxis stellt. Um mehr zu diesem Thema zu erfahren, habe ich Frau Maluk zu einem Interview eingeladen. Anschließend wird uns Herr Meier noch das SAMR-Modell näher erläutern. Hallo Frau Maluk. Ich beschäftige mich derzeit mit der Mitarbeit im naturwissenschaftlichen Unterricht. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen, denen Lehrende dabei begegnen? Guten Tag, Frieda. Die Naturwissenschaften sind oft geprägt durch sehr komplexe Inhalte, ein hohes Abstraktionsniveau und spezifische Denkweisen, wie etwa Mathematisierungen und Modellierungen. Diese Aspekte können diverse Barrieren für Lernende darstellen, insbesondere in heterogenen Lerngruppen. Welche Arten von Barrieren gibt es denn? Und wie können wir diese im Klassenraum angehen? Es gibt physische, kognitive und sprachliche Barrieren. Um diese zu minimieren, ist es wichtig, dass wir sie zunächst erkennen. Diversität in der Klasse muss als Chance verstanden werden, den Unterricht inklusiver zu gestalten. Zum Beispiel kann die Fachsprache oft eine Hürde darstellen, die wir durch gezielte Förderung und Erläuterungen abbauen können. Inwiefern können digitale Technologien dabei helfen, diese Barrieren zu überwinden? Digitale Technologien bieten vielfältige Möglichkeiten, den Unterricht zugänglicher zu gestalten. Sie ermöglichen es, Inhalte multimodal aufzubereiten, also visuell, auditiv und interaktiv. Dies kann nicht nur helfen, komplizierte Inhalte einfacher zu vermitteln, sondern auch Lernenden mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen den Zugang zu erleichtern. Können digitale Technologien selbst auch Barrieren darstellen? Ja, das ist möglich. Wenn die Bedienung zu komplex ist oder wenn SchülerInnen nicht die nötigen Vorkenntnisse im Umgang mit diesen Technologien haben, können digitale Tools selbst zu einer Barriere werden. Daher ist es wichtig, dass wir als Lehrende die Nutzung dieser Technologien gut anleiten und begleiten. Wie können wir sicherstellen, dass alle SchülerInnen von digitalen Technologien profitieren? Ein Schlüssel ist die Schaffung anregender und motivierender Lernkontexte durch diese Technologien. Wir können beispielsweise experimentelle Simulationen nutzen, die es den Lernenden ermöglichen, in einer kontrollierten und visuell ansprechenden Umgebung zu experimentieren. Zudem sollten wir darauf achten, dass die Technologien leicht zugänglich und in verschiedenen Formaten verfügbar sind. Damit bieten sie unterschiedliche Zugänge zum Thema wie auch Darstellungsformen für diverse Anforderungen der Lernenden. Vielen Dank, Frau Maluk. Das gibt mir viel Stoff zum Nachdenken. Gern geschehen, Frieda. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Die Partizipation aller Lernenden im naturwissenschaftlichen Unterricht stellt Lehrende vor große Herausforderungen. Vor allem, da sich naturwissenschaftlicher Unterricht durch komplexe Inhalte ein hohes Abstraktionsniveau und Modellierungen auszeichnen. Die Barrieren, die vor allem während der naturwissenschaftlichen Arbeit entstehen, müssen erkannt und verringert werden. Die Klusion soll dabei helfen, die Diversität zu erkennen und anschließend potenzielle Barrieren abzubauen. So können aber nicht nur Arbeitsweisen oder Konzepte, sondern auch Inhalte selbst Barrieren darstellen, die mit verschiedenen digitalen Tools verringert werden können. Digitalität kann also in verschiedenen Bereichen der naturwissenschaftlichen Lehre unterstützen. Zum Beispiel bei dem Erlernen und Anwenden von Fachsprache, physische oder kognitive Barrieren zu verringern oder auch dabei anregende und interessante Kontexte zu kreieren, die die Lernenden motivieren. Dabei stellen digitale Medien selbst schon anregendere Kontexte dar als zum Beispiel die analoge Arbeit mit Modellen. Ein weiterer Punkt ist die einfache Umsetzung von Assistenzsystemen. So können Alternativtexte in Moodle zum Beispiel ganz einfach direkt in Bilder integriert oder Vorlesefunktionen aktiviert werden. Mit dem SAMR-Modell von Puente Dura, aufgearbeitet von Hamilton, können wir uns anschauen, auf welchen Ebenen wir als Lehrende Digitalität im Unterricht integrieren können. Das Modell eignet sich besonders gut, um Ihnen die Vorteile digitaler Werkzeuge zu zeigen und Ihnen Impulse zu geben, auf welchen Ebenen die Anwendung digitaler Technologien im Unterricht stattfinden kann. Mithilfe des Modells können Sie überlegen, wie sich eine Aufgabengestaltung digital verbessern lässt oder welche technischen Funktionen sich leicht integrieren lassen, um Aufgaben umzugestalten. Wichtig ist dabei, dass der Einstieg leicht ist, egal auf welcher Stufe man sich befindet. und der Technologieeinsatz sich im Bedarfsfall erweitern lässt. Hier sehen Sie das SAMR-Modell sowohl als Definition und Beispiel. Das Modell besteht aus vier Ebenen. Ersetzung, Erweiterung, Änderung sowie Neubelegung. Bei der Substitution werden analoge Aufgaben lediglich durch digitale Angebote ersetzt. Dabei wird also das Medium geändert, zum Beispiel wenn Texte auf einem Tablet gelesen werden. Die Augmentation beschreibt eine Verbesserung der Funktion, zum Beispiel indem jetzt auch Inhalte ausgeschnitten und kopiert werden können, die Schrift vergrößert, Kontraste geändert oder Farben angepasst werden können. Die Modifikation von Aufgaben beschreibt eine Stufe, auf der analoge Aufgaben so umformuliert werden, so dass digitale Tools notwendig sind, zum Beispiel durch textuelle oder visuelle Werkzeuge. Die letzte Stufe, die Redefinition, beschreibt Aufgaben, die ohne technische Unterstützung nicht länger lösbar sind. Ein Beispiel wäre, wenn anstelle des Schreibens eines Essays digitales Storytelling verlangt wird. Wie jedes Modell hat natürlich auch dieses Kritik aufzuweisen. Die Integration digitaler Elemente ist gut und wichtig. Und es gibt verschiedene Ebenen, auf denen diese Integration passieren kann. Es ist aber wie immer wichtig, den Kontext zu beachten. Eine digitale Anreicherung muss zum Kontext passen. Nur weil Mittel da sind, heißt es nicht, dass sie immer zum Thema oder zur Methodik passen. Auch müssen alle Lernenden von der Nutzung profitieren, damit Inklusion gelingen kann. Durch die Stufung des SAMR-Modells könnte der Eindruck entstehen, dass ein stärkerer Einsatz digitaler Technologien immer besser sei. Das ist natürlich nicht automatisch der Fall. Abschließend lässt sich zu dem Modell sagen, es bietet im Allgemeinen einen guten Ansatz, um zu verstehen und zu reflektieren, wie man digitale Technologien aktuell im Unterricht nutzt und an welcher Stelle sie gewinnbringender eingesetzt werden können. Stevens hat allerdings eine Anpassung an dem SAMR-Modell vorgenommen, bei der die Darstellung der Digitalität wiederum anders aussieht. Bei dem Swimmingpool. Konzept werden die Stufen aufgelöst und durch einen schwimmenden Übergang des digitalen Einsatzes ersetzt. Was haben wir in diesem Video gelernt? Wir haben über den Begriff der Diklusion gesprochen und daraus Aufgaben für Schulen in Bezug auf Inklusion abgeleitet. Wir haben gelernt, welche Möglichkeiten digitale Technologien für eine chancengleiche Bildung eröffnen und wie die klusive Schulentwicklung aussehen kann. In diesem Zug haben wir gelernt, welche neuen Aspekte guten, die klusiven Unterricht ausmachen und schlussendlich haben wir das SAMR-Modell samt Kritik kennengelernt. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und sehen uns im nächsten Video. Begrüßtijs 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 Vielen Dank.